Musik An meiner Seite Rico Suave-Rodriguez, frühere UFC und ADCC Champion, der morgen auf Andreas Caño-Tarques treffen wird. Wir werden zum Kampf befragen. Rico, ich habe die Zuschauer gesagt, er wird morgen Abend treffen. Andreas Caño-Tarques, Top-Ranked-Fighter in Deutschland. Gib uns deine Gedanken für diesen Kampf. Er ist einer der besten Kämpfer in Deutschland. Er ist Nummer 1. Ich habe viele Kämpfer gesehen. Ich dachte, er hat einen tollen Job gegen Tim Silvia gemacht. Er kam letzte Minute. Ich denke, er hat einen tollen Tim Silvia gewonnen, weil er Pedro Hizzo war. Und wenn ich gesehen habe, das war das erste Mal, ich dachte, okay, das ist wirklich gut. Er hat jemanden, er hat drei Rounds gewonnen. Und ich dachte, er hat einen tollen Job gemacht. Er geht zu San Diego. Er macht es sehr ernst. Er hat eine gute Support-Team. Er ist ein Kind, der wird in Zukunft sein. Ja, ich mache das ein Teil einstellen. Ich möchte das esse ein bisschen tun. Ich freue mich für die Ausgrenzen. Ich freue mich sehr verändern. Ich danke den Italienern für mich jetzt hier. Es ist auch großartig. Ich möchte mich auf die ETA-Brenhe anstoßen tun und meinenegauchen auch hier. Es ist auch großartig. Du hast eine spezielle Trainingspreparation für dieses fight? Ich habe die letzten 7 Fights gewonnen. Ich dachte, ich habe gewonnen. Aber wenn du jemanden in einem Land in einem Land, wenn du nicht den Kampf endest, oder wenn du nicht ein Phänomenal-Gaumplan wirst du nicht gewonnen. Ich habe definitiv einige Strategien gearbeitet. Ich fühle mich mit Apex Wrestling in New Jersey und mit Damian Logan, ein great amerikaner Wrestler. Ich lerne cool Techniken von Joe Warren und Bellator. Ich habe mich wirklich auf meine Wrestling-Wrestling und nach der alten Schuhe, die Dinge, die wirklich helfen, gewinnen meine Fights in der Vergangenheit. Ich freue mich auf diese Spielplanung. Ich freue mich auf jeden Fall. 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 Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall zu gehen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Leute, die U- und Comers sind. Und das ist die Zukunft der Mixed-Marschall-Arts. Ich glaube, das wäre für mich ein vigtierer Win. Für mich würde ich sagen, es wäre Rico Rodriguez. Aber ich sehe einen guten Fighter vor mir. Ich freue mich auf jeden Fall an einem Spiel. Aber Gott will uns beide nicht beendet werden, das ist die wichtigste Sache. Ich denke, wenn wir ein tolles Show haben, das ist die wichtigste Sache. Du bist einer der meisten aktiven Heavyweights in der Szene. Denkst du, dass das eine spezielle Vorteile für dieses Kampf ist? Ich habe definitiv viel Erfahrung. Für mich ist das eine große Herausforderung. Ich bin immer noch nervös. Ich bin immer noch nervös. Ich bin immer noch nervös. Für mich ist es, dass ich die Punkte auf die Situation kommen. Das ist wirklich gut. Ich habe die UFC-Rule gewonnen. Das ist etwas, was ich in Europa kämpfe. Viele Menschen haben nicht in den Elbows gearbeitet. Ich bin in der UFC, in anderen Organisationen mit den Elbows gearbeitet. Ich bin einfach glücklich. Ich habe mich daran gesehen, dass die Regeln unifed werden. Wir kämpfen mit unifed Regeln. Das ist großartig. Aber wie wir sehen, dass du nicht in den Augenblick sahst. Ist das etwas, was du nie gemacht hast? Oder was es für dieses Kampf geben, was er auch einen Respekt gibt? Ich habe immer alle Menschen in front of mich. Wir sind Spieler und die größte Sache, was du immer gemacht hast, ist eine Klasse. Für mich ist es nur eine Klasse. Wenn du an dieser Stelle kämpfst, ist es, dass du uns immer in der gleichen Zeit sehen kannst. Es gibt keinen Grund, dass du nicht aufhörst oder aufhörst. Ich glaube, dass wenn du dich in diesem Sinne verhörst, wirst du automatisch verhörst. Ich schaue niemanden in die Augen. Es ist nicht Showtime. Showtime kommt, wenn wir uns in die Augen sehen. Aber wie ein formerer UFC und ADCC-Champion, ist es noch dein Ziel, um zurück zu der UFC zurück zu kommen? Ich bin sehr glücklich, dass meine Fähigkeiten aus dem Weltkrieg herrschen. Europa hat mich sehr gut behandelt. Ich habe in Italien gearbeitet, mit vielen Seminaren. Ich habe die Brazilian Jiu-Jitsu durch Jean-Jacques Machado. Das war in der Vergangenheit für mich. Ich glaube, viele Menschen denken, dass die UFC ist der Ort. Die Realität ist, dass das nur eine Show ist. Und wenn du wirklich glaubst, dass das das beste ist, das ist das beste, aber die Realität ist, dass es ein Cutthroat-Business ist. Wenn du es nicht Cutthroat, was das bedeutet, dass jeder Spieler, der in der UFC nicht in der UFC ist, ist nicht speziell, oder kann nicht haben Showcase-Skills? Ich denke, dass Menschen müssen verstehen, dass es andere Organisationen gibt. Und wenn du Leute wie Fedor und andere Leute, die nie in der UFC nie kämpfst, das bedeutet, dass sie nicht gute Spieler sind. Das bedeutet, dass sie einfach Unterschiede haben. Und für mich, was ist mit diesem Show falsch? Wollen Sie mir sagen, dass dieser Krieg, der heute Abend in der UFC nicht in der UFC ist? Es würde. Vielen Dank für die Zeit. Wie wird das Ergebnis sein? Niemand kann ein Ergebnis sein. Wenn das so ist, dann würden wir auf diese Krieg beteiligen. Und hoffentlich werden wir beide Geld machen. Aber natürlich wird jeder Spieler sagen, dass er zufrieden ist. Die Realität ist, dass ich einen Krieg vor mir habe. Ein sehr schnelles, schnelles und junger Krieg. Mein Ziel ist, dass ich das ausfügt. Und ich will nicht die Entscheidung gehen. Und ich bin sicher, dass er eine Möglichkeit ist, dass er eine Chance hat, und ein formerer UFC Champion ist. Er hat schon die Distanz mit Tim Silja. Das muss in seinem Kopf sein sein. Aber jetzt, ich glaube nicht, dass ich in phänomenal shape bin. Ich bin bereit für 15 oder 25 Minuten. Ich bin in phänomenal shape. Das wird die größte Sache sein. Ich freue mich auf die Krieg. Ich hoffe, dass wir nach der Krieg sprechen können. Win oder lose, wir sprechen können. Danke, Leute.